wahrscheinlich nicht genug gedrückt haben oder eben nach dem zweiten versuch mir zeigt mir zeigte dann die gescheitert richtige taste an ich sehe bei dem tuch und er oder von mir hoch das ist ja das ist ja ja das ist der kreis von henna auch vorhin gewesen nicht von dem jahr genau dahinter lacht es wir waren schon eine casino und option man den brennt ein brennt ja ich jetzt muss ich geld machen money bitches money bitches auf mich zu löschen also den start zu kurz neu ja da doch mal neu dazu neu naja ich will auch mit meinem controller spielen ja ich hab ja zwei also ich hab nur einen alten arten spielen ein bisschen ja dann auch neu ok nein ja da können wir mal eine runde ins casino zocken mir geht es gerade eh nicht gut wobei nein ich finde feuer und flamme glücksrad drehen darf ich heute glücksrad drehen ja ich wollte eben aber es ging nicht feine herr glücksrad hat gemeint wer was besseres gewinnt eh wieder direkt das auto ja logisch bei dem sein glück ok let's go here we go hey let's go und wir drehen jackpot 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 was ist das beste was man kriegen kann das auto und den klappst du auf dem hinenden von der chefin 1 neben dem auto 50.000 ist schade aber 50.000 ist auch ein zufall dass das 1 neben dem auto ist oh nein wenn du das gedacht das ist ja bei glückzehner nie der fall 50.000 ist auch gut Martin gewann table games nein machen wir mal eine Pferde rennen nein mein CEO ist fort ich hab keine Lust mehr ich bin frustriert ok wieder CEO auch ich bin genervt ich bin frustriert weil hier einfach nichts passiert weil hier nie etwas passiert ist er so frustriert 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 redet meine Chipsen zauern aber hier kann ich rein darf ich jetzt endlich mal am glücksrad drehe hier du kannst einfach täglich am glückzehner am glücksrad drehe aber er lässt mich ja nicht der sagt mir nicht mal welchen knopf ich drücken soll roulette runde heute gehen wir mal auf rot sitzen da mal nicht nur ein ja nicht nur ein wird zurückziehen glückzehnsatz ist 10.000 um gottes willen das ist ganz schön viel 10.000 auf rot ach jetzt hast du feiner glücksrad jetzt hier ah ich verstehe ok gut ich kann so 16 oder 21 na gucke wenns rot wird um 16 bin ich zufrieden ja wow das ist doch klar das ist doch das ist doch jetzt hier schon wieder nötter der timo kriegt die richtige kohle was krieg ich ein fucking 10 prozent das count soll ich sagen scheiße ich kaufe hier nichts vergiss es eure werbeaktion funktioniert bei mir nicht nein da war die rot 16 ganz knapp er verdient verdient er ist trotzdem gewonnen oh das ist exit oh nein das ist nicht nicht die exit strategie oh da ist die kann ich hier nochmal hier mit dem mittel gehen wir nochmal auf rot hier was mit euch hier oh jodi gut schade mich hart 50.000 auf rot 50.000 auf rot nötrigös ist nicht mal frisur aber oh nein er hat mal zum mikrofon gehen du willst du erzählen schon bis er wiederkommt ah ne schlimmes weißt du da hat helle neu gestartet und der atme ist nicht mehr da so wird es ausgehen so wie ist es bei dir der frisur gefällt mir ein bisschen besser können dein arsch ist ein bisschen also nimmst du es persönlich wo ist er aus jahr denn ich habe nichts gesagt tschuldigung oh du warte kamera was muss ich nicht nehmen 16 rot muss ich haben ja was ja den aber ja weißt du was der martin da wappelt der ist schon wieder geil auf irgendwelche ich guck mir hier die frau an sag ich ja ich bin halt ein geselllicher typ nicht so einer wie du der dafür sei nein schwarz elf und die hat aber ich sag mal eine nicht gänzlich vorteilhafte hose an ja verstehe ich nicht keine staats bei dir schon geht's henne ja start ist schon es ist schon gestartet ich versuche jetzt direkt meinen freunden beizutreten ähm mit uns naja das ist doch die gleiche die ich eben schon mal gesehen habe und dass sie jetzt hier steht mit der martin eigentlich gerade auf die charaktere sind geklont ach hätte ich über weniger geld sagen können voll gar nicht individuell und so toll man kann nicht freunden beitreten bevor man nicht online gegangen ist Mist ähm das wundert mich jetzt Wunder geht es immer wieder ne high-roll-ethisch ist jetzt auch nicht so meins ich geh ins Pferde renn ja das suche ich immer und find's nicht um das ist das ist das ist es nicht da steht Exit Inside Track das ist es ich wünschte mir könnt ihr rennen das ist immer so anstrengend die Schleicherei hier und und der feine hervor den gewoll sitzt natürlich vorne in der ersten Reihe der alte angeben Spieße ekelhafter Typ oh lebt kein Gas mein Pferdchen Artmar du hast eine Spielbeitritt Anfrage von mir ja Artmar ist ja gut super der ist der einzige der ist der einzige den ich anfragen kann euch beide kann ich wieder nicht anfragen Artmar kann nicht anfragen aber ich lass es mal einen der raus bin so aber es ist doch Crew du kannst eigentlich beitreten einfach ja weil so kann ich schon im Ladebildschirm auf den Server wechseln so dann geht's nicht ne ich kann ja wieder nicht einladen dann muss der erste Online start er lädt ja immer noch aber das soll ja wieder 5 Stunden übertrieben viel zu lauter Musik so die Nummer 3 habe ich gewählt die Nummer 3 ist gerade jetzt geht's ein bisschen vor jetzt geht's so jetzt ist es gerade an der Spitze nicht du wenn die jetzt an der Spitze ist dann jetzt fällt jetzt nochmal jetzt fällt jetzt nochmal oh oh that's not good enough that's not good enough jetzt gibt Gas jetzt zieht er nach vorne jetzt zieht er jetzt muss er es jetzt muss er ziehen jetzt muss er ziehen jetzt muss er es aber auch halten er muss es halten er muss es halten er muss es halten meine Damen und Herren das wird ein Kopf an Kopf rennen und das ist der Sieg das ist der Sieg das ist der Sieg jawoll ich glaube ich nicht ja doch easy ich der Neude spielen man soll sein Glück nicht herausfordern einmal Pferderennen gewinnen und wieder gehen so macht man das hier mal in der spiele alle sagen wir hier schnuffel du als insider was ist das eigentlich mit diesem komischen wohlfeil und den paar mallorca stars die sich da jetzt gegen geld so sachen machen lassen und diese videos und sowas ich ist halt dumm weißt ich persönlich bin total bescheuert dass man geld von seinen fans nimmt um ein grußvideo zu schicken also das ist ja wohl unter alle sahen ich habe das zuerst gesehen weil ich das ja auch kommentiert hat und er hat jetzt gerade eben vor vier stunden noch mal was kommentiert dazu dass jetzt wohl post vom anwalt von dem typen bei ihm ist ja die leute haben alle schaden ganz seltsamer vereine dann die preise vor allem 249 euro vom wendler für ein video und sagt ich grüße dich ich grüße dich grüße dich egal richtig ich habe sehr viel auf aufgestaut und wo die ich da nutzen kann ich war doch keine ahnung aber die backstreet boys laufen online wird wie immer noch geladen wahrscheinlich hat sich wieder irgendwie aufgelen ja easy die sie ja aber hat man ja auch wieder nicht da sein er sucht noch seinen ersatz gamepads dazu soll ich sagen dass er will mit einem anderen gamepad spiel und das ist nicht am pc angeschlossen ja das genau das sucht er gerade vielleicht hat er sich den stick vom gamepad in den popo gesteckt war gestern auf einer feier und da hat sich jemand mit seinem stuhl direkt als perfekte gesetzt ich hatte noch nie mehr respekt vor jedem noch schreit der lebt noch lebt noch alles noch bei dir lebt atme wenn sie auch in muten wenn es lädt die gehen davon wir schon raus hier unfassbar bleibt ja richtig gut ich bin immer nur um ladebildschirm und er wird immer noch geladen deswegen wollte ich euch ja direkt beitreten aber es geht ja so bei art man aber müsste die einladung annehmen weil jetzt kann ich noch nicht mehr anfragen ja aber wenn es beim atmen doch selber auch noch lädt macht das doch keinen sinn ja aber lustigerweise konnte ich ja bei ebert einzigen einladung schieben bei euch wieder nicht ja wahrscheinlich war aber auch nicht das spiel war ja das ist doch schon wieder scheiße warum kann ich jetzt leute die auf dem privatserver sind keine anfrage schicken oder beitreten wir sind auch kein privatserver haben oder doch so kruser bestimmt werden wir den kruser kam und ich muss kann ich spiel beitreten welche spielen ladebalken spiel das weiß ich doch nicht main hall aber es ist doch der ladebalken xxl es sagt die ex-tend gespielt haben spiels echt schön aber alles drumherum nervt absonderlich eingeladen ist online schon give me all your money der krecken aber soll not deckendig gibt es in amerika eigentlich nur in der in kleinen kiosk und tankstellen ist das hier irgendwie so ein bisschen klischee oder ist das wirklich so da ist wirklich so aber du kannst du mit einem teamspeak reden wir sind ein teamspeak du musst dich in den chat von twitch schreiben dass du keine kompatible spielersitzung gefunden hast mit dir falsch du hast keine waffe unter der theke oder mein freund okay ich habe gerade gesehen was ich hart lustig finde bei mir neben meinem king henne im social club ist ein grüner punkt für online wenn ich auf mein profil gehe steht da offline aha das macht aber halt keinen sinn es ist nur ein social club online nicht im spiel ist ja auch sein ansteigen oder als auf seinem spiel anzeigen jetzt kann ich euch alle einladen außer atmet dem kann ich beitreten euch kann ich einladen kommt zu mir in den ladebildschirm dann laden uns erst ein denn wir wollen sehen wie du den atmet beitritt beeintritt beeindruckend beitritt ja ach kinder das wird doch schon wieder nichts ja ich werde jetzt hier mal einfach in diese gang dingens gehen da kann ich noch ein bisschen das shooten schieße üben weil das war schlecht eben auf einem öffentlichen bist du sicher dass die sitzung betreten willst abbrechen nein nein ich weiß die welche so und jetzt kann ich keinen von euch wieder mal da kann man dich einladen wahrscheinlich nicht weil du wieder offline bist ja richtig aber man weiß hat nichts das ganze system verschrotteter misst weil er auch immer nur bei dir ja es gibt doch keine erklärung für den scheiß da gibt es doch nicht ich weiß nicht warum du immer offline bist oben steht online dann steht bei mir wenn ich aufmach king hannes offline ich kann es aber auch nicht ändern man kann es nicht anklicken oder irgendwie umschalten und selbst wenn müsste ich euch bei ich sterbe aber auch immer so schnell das war früher bei gta nicht so also das haben die das müssen die irgendwer schwerer gemacht haben wir sind einfach eingerostet ich kann euch alle zum spiel einladen aber ich kann euch nicht beitreten das macht überhaupt keinen sinn wo ich den einladen schicken kann kannst du nicht weil er ja offline ist ja ich kann doch nichts dafür also hat man das beigetreten jetzt ach hier war hier war hier 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 das d hier 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 Ja, aber wie schaut's aus? Bist du da? Wow, die Animation im Cockpit ist jetzt sogar so auf, dass es sein ganzer Kopf durch das Cockpit fliegt. Wow, ich bin eurer Sitzung beigetreten, das ging also in einer zufälligen Crewsitzung, dann werde ich zurückgeschickt mit der Meldung, du wurdest von anderen Spiele aus der GTA Online Saison rausgeworfen. Was? Definitiv nicht wahr. Nee, du kannst gucken, guck mal im Stream, ich war's nicht. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Ja, schön, dass jemand das selbe Problem hat bei GTA Online, das auch gepostet hat, aber die halt nicht geantwortet haben. Freue mich über eine Antwort, danke. Ja, okay, die Frage ist von 2017. Da hatten sie wenig Zeit darauf einzugehen. Corona jetzt. Läuft nicht wahr? Ja, wenn der Atmeid jetzt eh nicht in 10 Sekunden mal langsam da ist, dann hat's eh keinen Sinn mehr. Ja, äh, das tut mir ein bisschen leid für deine Zuschauer heute, so im Allgemeinen, dass es jetzt Streamtechnisch sowas ist immer ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber ich glaub... Ja, die können es ab, die können es ab. Die wissen ja, dass sie morgen wieder Horror haben. Richtig. Ja, aber ich glaub, das wird jetzt heute nix mehr, dass du... Ähm, also ich möchte da jetzt nicht pessimistisch sein, aber... Der Atmeid meldet sich nicht, der sagt nix, der Henne kriegt's einfach grad auch nicht mehr geschissen und... Ähm... Ja, ich krieg alles geschissen und das Spiel ist kacke. Ja, das ist ja egal, ob du's nicht geschissen kriegst, weil du's nicht hinkriegst oder das Spiel nicht, aber es klappt auf jeden Fall nicht. Es kämt wie's kämt. Ja, heut kämt glaub ich keiner mehr. Also der Atme kämt grad, weshalb er gemutet ist. Das Problem gab's übrigens schon 2015. Und jetzt hab ich ne Zeitüberschreitung beim Laden der Sitzung, das heißt, ich komm wieder in den... Ver... Denken! Singleplayer-Modus! Äh, warte... Beim letzten Mal konnte ich aus dem dann beitreten. Wenn das jetzt wieder geht, starte ich das Spiel nur noch im Singleplayer-Modus.